Bekanntmachung Aufgrund des Paragrafen 2 etc. etc. erkläre ich im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsminister des Auswärtigen folgende Personen der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig. Hermann Max, geboren am 23. Mai 1886 in Neiße, der reichs- und preußische Minister des Inneren. Wer mich zu entehren glaubte, wenn mit frevelndem Befehle er das Heimatrecht mir raubte, ahnt die ewig lenzbelaubte Heimat nicht in meiner Seele. Da besteht in altem Glanze heimatliches Bild und Wesen. Wieder auf besonder Schanze werden wir zum Frühlingskranze uns die ersten Pfeilchen lesen. Wieder vor der Bergeskette, die das Wiesental umwindet, ist des Städtchens Silhouette und auf unserem Fensterbrette Spatzenvolk sein Futter findet. Mit gewohntem Wohlgefühle wandle ich bekannte Pfade bei der alten Pulvermühle in des Wäldchens Schattenkühle zum belebten Wellenbade. Große Orte und Geringe, Ströme, Höhen, Äcker, Auen, ernsthafte und heitre Dinge, wenn ihr Wirkliches verginge, könnte noch mein Wachtraum schauen. Schöner, als sie jemals schienen, blieben sie mir im Gedenken, machen mir verliebte Minen, und ich werde mich mit ihnen immer wieder schön beschenken. Was jetzt Gutes muß verderben dem geknechteten Geschlechte wird noch lang nach unserem Sterben laut mit meinen Worten werben für die ewigen Heimatrechte. Wer uns glaubte zu entehren, wenn er heimatlos uns nannte, sieht, die Heimat wird sich mehren und die Seele nichts entbehren und derer, die sein Hass verbannte. Ewig lenzbelaubt beglücken wird der Traum uns scheinbar tote. Lächelnd sehen wir von den Brücken auf den Tanz der Wassermücken und die Fahrt der Liebesbote. Was man liebt, kann nie vergehen. Heimatlich vertraute Töne überall uns treu umwehen, denn die Heimat bleibt bestehen in dem Lied verstoßener Söhne. Was man liebt, kann nie vergehen. Werenen klärtst den Arminde auf den Weg auf den Bloggen und von der Mannschaften schintage st artery- ESSW. Auf das, hier heimat Murder im Liedot have zu sein, durch was Fuhm im Liedot oder sie discoveren Sunflower. Untertitelung des ZDF, 2020